Was machst du denn auch hier? Hummel Nummer 1 Ja, guck mal, du musst das Ding hier abschrauben Ich muss das gar nicht abschrauben, weil ich weiß, wie es offen geht Ja, so kriegst du das doch nicht auf Ich hab den Akku doch schon reingemacht Ich komm ja gar nicht dran hier Ja, du nicht, aber ich Ja, du reißt aber das ganze Ding kaputt Ich reiß gar nichts kaputt, ich hab's ja nur umgeklappt Deswegen geht das doch nicht Gott der Leiste Freunde, wir haben heute wieder zwei heiße Themen für euch Das erste Thema seit, welche Messe war das jetzt? Eurobike Eurobike Genau, hat Rocky, das finde ich sehr geil Diese obere Dämpferaufnahme, die ist geschraubt Und die kann man jetzt tauschen Ich bende gleich mal ein Bild ein, damit ihr den krassen Unterschied sieht, was das tatsächlich doch ausmacht Diese Dämpferaufnahme ist jetzt neu Und ermöglicht das Ich weiß nicht, ob man es auf den ersten Blick sieht 650B Genau Das Rocky ist jetzt offiziell Mullet Tatsächlich Bedeutet Durch diese Dämpferaufnahme ist es jetzt so, dass die Geometrie erhalten bleibt Und ich jetzt ganz offiziell ein kleines Laufrad fahren kann Was mich persönlich sehr freut, weil ich ja 650B-Fan bin, bekennender tatsächlich Und bin jetzt schon ein bisschen gerollt und gefällt mir jetzt schon sehr gut Ich bin natürlich gespannt, wie es sich auf dem Trail anfühlen wird Aber ich bin ein guter Dinge Vor allen Dingen, weil ich kann ja auch nochmal hier hinten 10mm nach vorne Das heißt also, ich glaube das Rad wird sehr, sehr, sehr verspielt sein Oh ja Ballermaschine ist es ja Bändig ist sie eigentlich auch Aber ich bin ja jetzt nicht unbedingt groß gewachsen Und von daher kommt mir das natürlich sehr entgegen Weil ich jetzt öfter auch das Problem habe, dass ich mal mit dem Popo ans Hinterrad komme So Ah, hier muss eine Brille aufsetzen, eine Kamera anmachen Was ist denn? Ja, sieh, der Flo ist im Arsch Alles wartet nur auf hier Auf den lähmsten Lameboy Komm, du Lameboy fährst jetzt vor Nee, geht ja, ich brauche ihn vor der Kamera Ja, alles klar Kann man ja nicht verfehlen, da gibt es ja keine Abzahl Gibt es keine, nein, gibt es nicht Lass laufen Lass laufen Lass laufen Her Oh Halle, bitte Lass doch laufen Ralle Ralle Lass laufen hier Der ist aber auch lähm, der Boy Alter Der Boy Ralle Ralle Oh mein Gott, ehrlich Ich mach mal ein Nickerchen, ich setz mich mal hin, Alter Ich setz mich mal hin, solange hier Attacke Willst du jetzt mal versuchen dran zu bleiben, oder was? Ich versuch mal Okay, versuch mal Ich versuch mal Ich versuch mal Ich versuch mal Ich versuch mal Komm, Junge Komm, 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 Komm Komm, Komm sie hängt in der ding ins drinnen hey hier ist musik wo bist du denn hier oben über den drop du bist unten lang gefahren hier ist musik was für ein drop du bist oben den drop nicht gefahren ja ich hab mich verfahren was ist los hier alter war die angstmusik hat er wieder alles ausgelassen du bist nur ein lappen du bist nur ein lame lappen du kannst nochmals wieder ausreden komm du leh mal lappen du doch du musst vor du musst vor fahren ich brauch nen lame boy vor mir du hast keinen lame boy vor dir ist das problem ja haha und los gehts komm gorila mach alter ja ass jetzt aber im ein Ah Ah Lehmann Neu! Lebst du, neu, neu! Geh her, du, neu, neu! Alles neu! Flipboard! Ich kann nicht mehr! So viel pedalieren hier! Ach, bolle! So viel pedalieren hier! Ja, Vorsicht, Alter! Rutschig! Ich bin übelst weggeschädert, Alter! Junge, du rutschig! Ich bin übelst du, neun! Trenn! 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 einen musst du ja schon kassieren hier. einfach den leben raus. ich war auf dem platz gegen den baum geknallt. du bist über den sprung. du fährst drüber. ach so meinst du? ich bin so rechts. das ist einer der geilsten hier wirklich. wir warten doch erstmal auf den lehmladen. ja leboil! ich kann die gleiche. Bremse. Übelste Bremse jetzt. Lecker belagisch. Mach Bock. Mach Bock. Ich setze ihn mal in, solange. Ich sitze auch noch. Rade, Lame Boy. So lehmt der Boy. Richtig, Lame Boy. Normalerweise genau dein Ding hier. Rade ist Flohkanal. Und? Was machst du? Lehmt. Rum lehmen. So, das war's von uns. Der Mitch fährt jetzt in den Urlaub. Ja, das heißt, es gibt erstmal kein Video. Ich schneide nämlich nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.